So hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge und wir nähern uns dem Ende Jo und Dominik ist auch dabei hallo naja dem Ende nicht wir brauchen ja noch voll viel Wolle und so kackt aber ich sagte er in der uns im Ende ja das das tut man ja immer okay und ich stand hier bei dem Nether rum damit ein paar Zorn wie Pigman spawnen und kannst du ja auch kommen wenn du magst okay bringen zwei drei Schwerse mit ok gerade hat es bei mir das Bild wieder geleckt aber jetzt geht es ich bringe mir was zu essen mit noch Danke Schwerder ich komme gut ich habe jetzt keinen Bogen mitgenommen weil da müsste doch noch ein Bogen in der Kiste sein der von vorher ist der Tod ich habe schon aufgeräumt wo in die Kiste oder das zurück ins Haushalt so und Essen bin ich schon im Nether ja echt ha ja okay bei mir ah jetzt bin ich erst im Nether danke Essen bitte hast du die gebraten ne oh dann esse ich den jo ja guck da sind viele gebraten ne nein ja du hattest Holz dabei ich weiß es dir zurück nein ich komme 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 nein äh äh irgendwie fritzbild bei mir grad öfters mal ein das ist der ganze Stein hier an ja ich habe ihn zurückgeschmissen ah ok die 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 das haben wir jetzt alles das fress ich erstmal so du hast ja wieder eine Unordnung in die Kiste reingebracht Schlimmer Bub so so ja was machst du grad dumme ok irgendwelche Probleme gibt es grad zwischen unserer Kommunikation ui da und deshalb da da pigs da das das ja mal damit das st ich habe 182 er ist gilt mehr 207 hat sich jetzt gleich ändern ich finde es solche hässlichen ich finde generell voll scheiße alles doch farblos ich muss aufpassen was war das ich habe gebrannt schluss mit hier kommt jetzt eine direkte schluss ist okay er kann gar nicht reden jetzt gelesen hat er einen das weiß ich habe sieben da oben ist ein schwert ja so halte ich dich ja und ja 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 wir waren 45 Nuggets okay die 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 haben wir gleich die 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 fast bei dem das macht das bagger ergreift mich gerade beruhl wir haben jetzt 34 jetzt das auch hier kennt es nicht aus dem Scherz mal das ganze den ganzen Scheiß ich habe mal dein Zeug da alles zurück das ist auch Hallo ja bin ich wieder da hallo das freut mich ich habe das Zeug ins Portal geworfen und gleich ab besser gerade eben wurde mal getötet da habe ich gebrannt keine Ahnung was es war ich glaube ich in einer schon zauberes Schwert ja das kann sein warte vielleicht habe ich hier so ganz zauberes ich habe auch so geschrieben Josen in Katzmann aber ich wusste ja dass ein Zelt an äh aus hast und deswegen dachte ich schon ja du schreibst bestimmt nicht zurück ja dann irgendwann war ich dann unten ich dachte halt du bist gar nicht da dann war ich unten im Haus drin und dann habe ich gemerkt durch die Weg nachher irgendwas stimmt nicht noch ich möchte dann gemacht und wollte fragen was los ist ja ja 36 um 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 er war gerade ins Meer weiter ich habe noch ein halbes Herz und sie hat den Fleisch bestätigt was ich leben und gleich mal und kurz mal hätte es erstellt neulich hat er da war die zieht der der mit locker drei in einem Leben oder vier gezogen das wird ja ich bin und dann sei aber da kann ich sie nicht Nennen wo ich meine Sprecherin die ich in den letzten Jahrhunderten in den letzten Jahrhunderten die erste ich wollte er hat er wie vieler Lager hast du? neulich tu doch mal zur Rheinland 38 ja okay noch 7 gut weg 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 ah, nein, nein, nein ok, ich hab zugemacht, wenigstens ok hallo so mal merkt haben wir keine Schwerter mehr doch, aber ich werde, ne, elektronisch ja, dann graf ich ein paar doch, da krieg ich es fehlt ich muss mich nur kurz verteidigen können, wenn ich aus dem Portal rauskomme äh, nimm das, nimm das yo soll ich dir helfen? ich brauche nur kurz ein Schwert die ficken mich zu zweit kurz von der Plattform runter die habe ich von der Plattform runtergeschmissen obwohl der Zaun ist ja, ich weiß nicht, die schlagen da doch irgendwie ne, die haben mich drüber geschmissen oh, der kommt jetzt glaube ich zu dir ja, ich bin aber schon im Nether ich, ich geh warte, da hinten liegt einer ich geh mal zurück und töte den drüben ich hab einen von der Klippe hier runtergeschmissen echt, er hat einen verzaubertes Schwert ja, der Typ hat ja auch einen verzaubertes Schwert ja, der Typ hat ja auch einen verzaubertes Schwert ok, aber hat das nicht geprobt der auch nicht ok, ja, jetzt haben wir 40 das haben wir jetzt 41 gut ich grüß sie hau den danke bitte hier ist Fleisch lecker Fleisch ja, anfällig mach mal einen Bund fertig hey, den muss ich mir dann auch noch angucken in der Zeit, wo ich so stumm war ich kann mir ewig vor eigentlich so allein ja, du hast ja mich gehört, ich dich nicht hast du eigentlich deinen Timer gestellt? ja, ja, der läuft schon mal ok, wo sind wir gerade? äh, bei 12 Minuten ok, 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 ok ok, 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 ok so äh 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 raa этого welch da wo geh und alle deine von der sich etwas zeigt jetzt mehr als ich herzlichen glückwunsch endlich ich überhole dich wie du eh sagst glaube ich dir sogar jetzt müsste ich noch mehr wer haben wie du die männer auch noch ein herz vom kaktus das sieht man wie gut ich bin wir haben jetzt 46 goldnuggets den ganzen bahn braucht man kann man es ja aussteigen der kursschule aus fünf bettungen sind es ja schon er hat manche hat mit dieser ausschalten gehört haben es gespeichert dann guck ich kurz den Seher an wie vor ich zurückgehe und mein Zeug holen ach du vergrößerst grad ja du kannst aber helfen ja ich hole kurz mein Zeug dann helfe ich oh nein der abruf mich ich muss mein Zeug holen ich nehme einfach die Goldschwerte die brauchen wir eh nicht oder ich bin er in der Hand die sie sie sich in der Liga auch die Traum ein 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 1 wer sagte ein Portal Nero dort beim Portal Eierbäckchen Schwer übernommen drüben Rausch ja die reihe nicht um einen Spitzvacke deswegen meint ich sie ja ja auch wie viele uns hängt fest und die haben schon wieder runtergekriegt Prozent da hat es echt gelegt wird dass da wurde scheiß groß alte ich hasse die übe ganz drüben erscheint a er schlag auf mich haben getötet ich habe wieder 15 jetzt mehr als du nein abgeben wir kurz an schwer du kriegst bei wieder du brauchst doch gar nicht mehr von uns den kaltmehr geht alles näher hier besser in die normale welt ok jetzt muss ich nur kurz durch dann habe ich es geschafft das schon wieder ein zombie pigmen und ich habe kein schwert und ich habe mich gesehen sind normalen welt ja erwarten kaum ja ich bin bei dir der läuft mir hinterher aber eine achse jahre haben wollen und es werde ich eigentlich obwohl ich kann noch ein bisschen größer nach unten ist die Folge los ja immer an größe damit es so nach unten hinzu weiter geht heute versorgt 3 k so geht das von einer netter Euro nein scheiße ich habe in den einmal dabei nicht ach in dem ich nie wieder in die Hand und okay aber ein Zeug wurde glaubt teilweise überlegt ah ich glaub doch bei dir ist außerdem noch ein Pigment wo in deiner Welt nein hey 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 zum Beispiel mit einem ganzen Bachen geht geäht 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 er hat geäht geäht konnte das Video angucken nach der Beweise ich glaube ich ja den geht scheuen der Anja geäht geäht richtig gesagt ach ja ich habe noch zwei Barren nicht werfen durch den Nenner werfen ja ich möchte dein Zeug auch ein ja wer okay wenn ich warte ja nur das Schwert das hast du mir kurz gegeben bei den Kürzen sehen noch nochmal scheiße ähm muss in einem an die Hand nehmen ja an ich komme gerade an mich aus dieser Welt wenn ich ihn in den Tod mitnehmen wo bist du ich beschütze dich VIP wo bist du hier was hier ok ich tun einmal schnell wieder in die Kiste unten bin ich ich habe in die Kiste getan dann kann nichts passieren ja das ist nicht was folgt summa die 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 komm hoch ja weswegen agar ich brauche ihr könnt machen mit paul ich weiß ich weiß nicht wie es geht okay wir haben sogar sechs waren perfekt Jo mal das ist schlisten was die Schaufel Prozent annehmen und haben wir kommen an der Kiste der Präsidentschaften die Sieg er ist in der Zeit bei einem Tod mal mit mit geschwommen und und mit dem neuen Graf noch mehr ich will zacken mehr nachher wir müssen wir machen doch was wir tun ist wir können noch weiteres so Laternen machen aber sonst brauchen wir ihn ja nicht ne, nö, nö mehr wegen Schneemänner achso, ja klar, Schneemänner das ist ein wichtig hey, das ist doch auch ne Challenge was, Schneemänner machen ja, haben wir ja schon geschafft wie viele müssen wir machen ja, die Challenge glaube ja auch so, oh man ja, du kannst jetzt, während wir das Haus bauen und so nehmen wir auch noch, wie es worden und in ganz immer viele Einsperren hihihi, ja ich mach mal immer einfach so voll, dass ich nicht mehr laufen kann ja, genau ich hoffe, ist schon kaputt ich will nur scheiße, dass die es nicht mehr gehen ich finde es mal kacki ja, muss halt in Zauntona vormann dann schaubende Schaubende das ist ja eh doch auch ja, gerne, wenn du so viele schon gegrabt hast hallo hey ähm ich mach jetzt mal 10 noch fertig, dann kannst du noch den Weg gut achten und dann, ich glaube die Folge zu Ende, oder? ich weiß nicht, du hast den Timer ja ja, würde ich mal sagen, so okay ja, wie viele Minuten haben wir grad? dann haben wir 21 ja, Gott, dann passt das eigentlich ja, ein Hilf mal beim Abbauen bitte wenn du gar nichts zu tun hast, natürlich nur ja beim Abbauen von was? vom Cobblestone hier unten ja das ist auch so eben hier unter Wasser so, jetzt kann man auch keine Zombie-Pickman ins Meer rüberkommen was? ah, guck mal wie ohne du hast was? wie? ab und ja, den Cobblestone da hier im Weg ist so, dass das so schön aussieht na sterben nein da unten nichts ab und nur die eine Ebene hier ach und ach hast du was zu pressen? nö schade na, schwimm da auch nicht mit vollem Magen, du Blöder weg ah, ich bin laut, ich bin tot jawoll äh ich wollte nen Kill haben hii ich hab trotzdem mehr ah, ich hab jetzt schon wieder 10 mehr ich sammle da, da haben schnell einen bin da guck mal, so, jetzt ist ein schöner, tiefer See ne, da können die Tonfische, äh, Tonfische ja, hinten ja, jetzt geht mein Zeug ich legt alles in die Kiste rein ok fäll den Baum noch ja fäll den Baum, da bin du auch noch ne, gute Aufgabe erledigt ja, wo geh mal mal Zeug, leg in die Kiste, leg in die Kiste auch nein was hat noch ne Spitz, ne Spitzacke den ganzen verkackten Sand, weil auch von dir Sand Schnee äh, ja Schnee, nicht Sand, tut mir leid jo ich hab nen Setzlinge ok hast du im Baum nicht gefällt? nö ach, die Ahnen läuft ja, ich kann's gleich machen ach so, das wolltest du machen ja, jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr nether kannst du noch zwei Druckplatten mitbringen das haben wir auch guck mal uns nether an äh, ich mein uns und seh, guck mal wie das aussieht unten voll lustig sieht doch voll geil, ach so von unten ja sieh aber auch von das ist schon wieder ein Baum gewachsen schon wieder? ja, geil ja klar ja, aber ich würd mal sagen, wenn man da auch mal nimmt noch eine Wand oder so dann überwissen zu sehen ja aber das werden wir wahrscheinlich in der ersten nächsten Parts reden oder so genau und dann werde ich nein, warte warte noch ein paar so 20 doch Dominik wenn ich ins Kino ja 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 so der ist kaputt mhm mhm hallo Schneemänner ihr könnt nicht ins Meter weiter ha 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 abends wasser ja ja ich weiß, was ich gerade auch sagen so haben wir ja genügend ja geh schnell raus ich wohin raus nee der Schneemann schnell raus aus dem ähm nein, jetzt ist er da auch noch das ist aber schön in die Mitte okay nein, nicht da hey, was denn das ist doch nur ein Ding ach so, ja, okay, ich hab's gewählt ich schieb dir mal raus nein, andere Richtung andere Richtung oder du stirbst im Wasser nein, nicht im Wasser rein mit dem ha 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 geil ich steck fest hä, wo ist jetzt die Mauer hin ich hab hier abgebaut einer ist der netter, glaube ich sie können da rein, guck mal hier haha sie hoch springen da muss ich ne Wau hin nee, nee, lass 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 du kannst du nicht ins Portal rein aber du kannst trotzdem ein bisschen bauen vielleicht hast du eine hier nee der ist hier in der Wasser nee, das ist unten, ja, falsch hä, du musst der dritte, achte, dritten hast du getötet nee, da sind Wasser, selbstständig ja, selbstständig ich mache oben den Ding hin ähm und zwar noch und dann können wir die Folge von mir hier unten also ich würde sagen, du drückst du fc okay ja klar, das ist die Folge beendet ja klar okay, so machen es das macht jetzt schon wieder ah, das wow ja, das geht ja nicht mit Zaun so das war ja, war du dir so ... ja, war der Grund für mehr ... bin ich auch ... er winnt sein und Sachen neuer ... ... mit den Schneeballen Kopf ja gehen wir da ist an den Bordstuhlern sehr oft ich brauche mehr als der Axt keine von mir wo ist der Sion kann er in seiner Nahrung auch wenn man mit meinem er war hier obwohl ja mal verschwinde aus mir raus bringen mir bitte vier kürbissen mit fünf kürbisse Jo hier müssen Arsch nehmen wir noch umlaufen und uns bei der Arbeit dann behindern also hier sind schon mal zwei ich habe noch mal das Portal sieht voll cool aus jetzt komm her hab's da hingeworfen ne bekomme aber ich nehme mir da komm auch mal hoch ja ich finde nicht voll sweet äh wie viel kürbisse hast du mir gegeben fünf zu viel wolltest du doch oder ja ja also passt ist aber trotzdem zu wenig ja 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 hallo ich gehe mal die Treppe hoch hey hast du den Block kaputt gemacht ne doch nicht hä lustig so jetzt chill überall Schneemänner auf unserer Hausplattform chillen auch zwei ne ich mach da drei hin dass wenn da ein Viech kommt dann kann das runter schauen runter hauen ok gut guck mal was ich gebaut hab ich komme hoch und wir wollen die Aufnahme jetzt endlich beenden oder ja ja ich warte immer noch drauf bis du mal endlich F10 drückst F10 was absolut okay die Aufnahme hat beendet tschüss tschüss tschau die Aufnahme tschüss